Los geht's! Einfach ehrlich! Jetzt kann er noch mal drauflaufen! Erster Versuch in Richtung Tor mit einem... Ribery! Alaba! Hier ist Sakasen! Das kostet Kraft! Abgemer gibt es genug! Und jetzt versucht er's! Was ist der hier in der Regel? Das ist der Vollgasveranstaltung! Sie erarbeiten sich die Chancen! Sie sollten langsam anfangen sie auch zu nutzen! Weiter geht's mit einem Eindruck! Mario Götze! Abseits! Gut gesehen vom Schiedsrichter Assistent! Der Konter läuft! Er versucht die Abwehr zu überlupfen! Starke Ballkontrolle! Und er zieht ab! Da hätte er sein Solo verehlen können! Das ist seine Stärke! Über die Außen kommt dann in die... Mario Götze! Er versucht ihn da durchzuspielen! Chance zu flanken! Da verliert er das Lohgern! Da verliert er das Lohgern! Da verliert er das Lohgern! Er hat sogar Glück! Und das ist uns unter diesem Zweikam sehr politisch aussehen! Und er konnte mit Fahngesicht binden zum Menschen! Und solche Aktionen auch so vom Platz gefunden! Er schießt das vor! Okay! Er hat sich eine Menge zugetraut! Das sah auch nicht schlecht aus! Aber... Dass aus dieser Distanz der Ball reingeht... Das ist die... Macht! Der Konter läuft! Jetzt beginnt die Nachspielzeit! Der 5. Schiedsrichter ist... Oh! Und jetzt ist Pause! 0 zu 0! Wir beginnen mit den 2.45 Minuten! Jetzt ist Übersicht gefragt! Durch zu... Manczukic! Das ist ein ganz gefährlicher Ballverlust an Toni Koks! Nee, da kommt er nicht durch! Er sieht gut aus! Der Ball kommt durch! Cooles Timing beim Torhüter! Der Ball ist raus! Ein Ruf! Leiden in Richtung Torhüter! Unantrug von Mann im Torhüter! Wunder nicht mehr! Jetzt darf er vom Platz! Und jetzt... Der hat Eichner den Ball weit vor! Der muss dicht! Der Versuch den Tor zu überlumpfen! Und... Der Versuch noch mal! Er ist kalt verwandelt! Endlich! Das ist der Treffer! Den dieses Spiel hier so bitter möglich hatte! Dicke Schnitzer vom Torhüter! Und dafür bekommen wir die Mitte! Niemals im Torhüter! Und der mit Torhüter! Der ist ein Fehler mit Torhüter! Der ist ein Fehler, der mit Torhüter! Wir sind ein Fehler da mit Torhüter! Und weg ist der Ball. Schon läuft der Gegenang. Versucht die Gasse zu finden. Die Tür ist offen. Wenn sie hier noch was reißen wollen, dann jetzt. Das Gegenang wurde als unfair bewertet. Freistoß. Diese Karte über Erspiel liegt. Das spielt der Ball nun wirklich gar keine Rolle. Also da war man sich nicht beschweren. War ein Tomschmerz auch bei uns beiden hier oben. Also das hat wehgetan. Ich gucke in die besorgten Gesichter der Spieler und kann sie ziemlich gut verstehen. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Sie haben diese Partie mit dem Platz gewonnen. Sie sind geboren. Am Ende können sie sich bei der überragenden Abwehr bedanken. Ich bin für eine neue Spielzeit zur Unterhaltsnahmefall.